Hallo und herzlich willkommen bei, äh, ja, äh, ja, bei Schwänze, 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 ja, äh, hallo, das sind, ich muss ganz kurz vorab sagen, Mount Your Friends heißt das Spiel, Mount Your Friends, es gibt's jetzt in 3D und, äh, das müssen wir einfach spielen, weil wir sind auch, wir sehen halt auch alle so aus, auch Bahnen. Ja, ja, meine Lippen sind genauso wie die der Figuren hier, ey. Ich kenn die auch nicht anders, die sehen einfach aus wie so, wie so Drops, die man auf Kuchen legt, weißt du, so diese leckeren Zuckergussdinger. Weil das ist aber, das ist einfach falsch in dem Spiel, es ist einfach falsch, die maximal pigmentierte Figur hat genau die gleiche Penisgröße wie die Weißen, das geht nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt, die müsste einmal noch um den Körper herumgewickelt sein. Aber die, die Frage ist, die Frage ist, bei wem ist es jetzt unrealistisch, bei den gebräunteren Herren oder bei den weißeren Herren? Tja, Erik, das weiß ich auch nicht. So, und, äh, wir haben ganz ehrlich, keiner, keiner von uns hat Ahnung von dem Spiel, wir kennen es alle in der 2.D-Version, haben es aber alle nie gespielt, weil wir haben keine Freunde, deswegen haben wir uns ja auch zusammengefunden, wir sind in so eine Selbsthilfegruppe hier. Ähm, und, äh, ja, äh, ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Soll ich einfach mal auf Start drücken? Ich weiß nicht, ob wir das machen, okay. Ja, ich schmeiß uns da jetzt einfach mal rein. Start in 8 Sekunden steht da. Bing! Alles klar, gut, dann können wir in 8 Sekunden schweigen. Ach du Scheiße. Bing! Oh Gott! Alter, I! Warte mal, Basetime, Gravity Normal. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab Angst. Haha, da steht Ding. Hä, was jetzt? Curry, was ist Kervins Turn? Okay, ich fang mal an, Alter. Ciao! Hä? Ich glaube, ich muss da zur Ziege. Irgendwie. Oh, was? Was? Curry, du schaffst es! Ich schaffst es! Aber wie geht das? Oh, wie geht das? Oh, was für ein Muskelarsch. Wuhuuu! Alter, nice! Yeah! Okay! Iiii! Hahaha! 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 Okay, du musst jetzt auf mir drauf kommen, ne? Du musst höher. Bitte was? Okay. Okay, stimmt, da ist immer eine Zeit. Wir müssen, wir müssen, glaube ich, äh, warte mal, wie viel? 40? Achso, 40 Sekunden haben wir Zeit, okay, alles klar. Oh, okay. Und wir müssen möglichst hoch kommen, ne? Ja. Okay, Pan. Du schaffst es, Pan. Du schaffst es überhaupt. Jawohl. Ja, ja, ich habe es auch noch nie gespielt. Pahns Figur ist so ein Klostein, also. Ey, Pan, wo packst du mir da hin, ey? Ja, aber echt, was hat das denn, Pan? Wie der Pimmel ist? Hä? Ja, ich verstehe das hier nicht ganz. Ja, ja, du hast ihn, du hast ihn, du musst an ihm hochklettern, jetzt. Hä? Boah! Nein! 12 Sekunden, Pan! 12 Sekunden, Pan! Go, 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 go. Pan, sind mich nicht gestresst, aber Pan, 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 Pan! Jawohl, jawohl, und noch höher, höher. Oh Gott, ich hätte die Ziegel gefistet. Ja, 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 bleib schon, bleib schon, bleib schon, bleib schon. Und jetzt mit der An... Oh, mei. Das geht so? So, oh Gott. Boah, Erik. Boah, Erik, original, original. So. Er sieht aus wie Bukati, Alter. Okay. Alter, das Gesicht. Das ist so geil. Der hat meinen Charakter übernommen, geil, Alter. Der hat meinen Charakter übernommen, geil. Das Gesicht, Alter. Alter, der Schlung hat er, Alter. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Guck mal, das ist der... Ja. Noch höher, höher. Alter. 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 Aber komm, du wirst ihn jetzt einloggen. Das ist schon schön. Ich weiß nicht, ich hab ein Team erstellt und der hat ihn einfach übernommen, offenbar vom Team. Nein, dass du da oben jetzt stehen bleibst. Ja, das muss halt immer... Linke Maustaste oder Richtung? Alter, schöner Schnurrbart, Tobi. Nice. Die Hausfarbe. Die Hausfarbe. Boah, Alter, der geht da zwischendurch. Nein, ey. Alter, Tobi. Außen, außen. Ah, Tobi. Ey, das ist doch der Erik. Halt dich da einfach fest, der hält. Alter, Tobi. Alter, was machst du denn? Ey, das ist pure Kunst, Alter. Alter, Tobi. Alter. Ja, Alter. Wow. Wow, Alter. Alter, Tobi. Das ist echt Kunst. Alter. Okay, pass auf. Das Auge vom Erik da oben. Oh, Curry. Oh, wie süß. Oh, Curry. Oh, Curry. Oh, Mann. Ich will dich adoptieren. Was ist da los? Ihr wisst da im Po, ey. Wie viel fröhlicher da hoch. Juhu. Aber nice. Boah, krass. Boah, okay. Das ist echt krass. Boah. Das ist echt. Boah. Ey, wie geil ist dieses Game denn? Alter. Geh, Pan. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Der Pimmel an sich. Boah, Pan. Vor allem, wie die auch noch so blinzeln, alle weißt. Voll geil. Ich tatt echt nicht drauf. Warte. Ja, ganz, ganz ruhig. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Oh, schaffe, schaffe, schaffe. Okay. Ganz ruhig. Genau, wenn du loslässt, mit der Tasse hältst du dich mit der Hand dann fest. Ah, ja. Genau, 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 genau. Und jetzt kannst du genau, super. Ja, perfekt, perfekt. Und jetzt schön ein Arsch hier bei Tobi. Boah, schön. Warte mal, die rechte. Ah, da. So, und jetzt loslassen. Jawoll. Geil, Alter. Los. Beim Curry. Und jetzt noch eine. Ja. Ja. Nice. Alter, wie geil das aussieht. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Kann da raus. Das macht aber auch noch voll Spaß. Ja, das sieht voll geil aus. Hä, Tobi so. Tobi kommt später hoch da. Achso, das ist Erik. Tobi hat ne Banane zwischen den Beinen. Das ist Erik. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tobi, nein. Geh mir da runter, geh mir da runter. Jetzt hier. Oh Gott. Das ist Erik. Ja, ja. Ja. Oh, nice. Alter. Wie hoch sind wir denn jetzt? Ja, voll gut. Ich hab... Ach, wir sind erst 17 Meter hoch? What? Also 17 Fuß. 17 Fuß. Tobi, gib alles, Tobi. Tobi ist also dein Fuß. Du bist nicht dabei, Alter. Ist doch geil. Besteige deine Freunde. Ja, Tobi kommt. Geil. Boah, Alter. Wie King Kong. Wie King Kong aber hoch aus, Alter. Der Tobi, Alter. Natural born, Alter. Was ist da denn los? Ich krieg mal... Warte. Alter, Tobi. Ih, nimm den da weg. Nimm den von meinem Arm weg, Alter. Ja. Das ist jetzt aber schon schwieriger, ne? Ja. Voll geil. Dein Charakter heißt Quincy. Was? Ja. Der heißt Quincy? Unten rechts steht, Quincy Getschel heißt der. Das stimmt. Voll geil. Okay. Aber lass dich nicht irritieren. Komm, komm, komm. Jawoll. Die Sementos-Rolle da vorne drin immer, Alter. Guck mal, komm, komm. Ich kann fliegen, Alter. I believe I can fly. Warte mal, Tobi. Oh, ja, Curry. Was wird das? Oh, 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 oh. Ich weiß genau, was er vorhat. Ich weiß genau, was er... Ich weiß genau... Es ist einfach... Ist das ein Attitude-Adjustment oder was, Curry? Oh, ja, Curry. Oh, Alter. Pimmelfechten.de, Alter. Du, ich hab dein Schnurrband. Alter, wie der Turmach aussieht, ist voll geil. Ja, das sieht voll geil aus. Pablo Sarkodi. 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 Komm, Pan, jawoll. Alter, Pan! Wow, 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 wow. Nein! Oh Gott. Sie hält sich selbst im Gesicht fest. Was? Schöne Arschbacke. Am Arsch festhalten. Schöner Griff. Oh, ja, nice! Woooo! Voll geil. Alter, voll geil. Diese Mucke dazu einfach. Wir müssen mal ne Runde machen, wo wir versuchen, möglichst wenig hochzukommen. So als Massenkarambolage. Ja. Das wär bestimmt auch geil. Oder einfach irgendwelche Stellungen hier nachahmen. Alter. Na, na los! Na, er kriegt den Arm nicht hoch. Vorher haupt man die auf. Wir sehen aus wie ein Turm voller... Alter, das sieht so geil aus. Höh! Oh mein Gott! Oh, oh, oh! Krittig! Krittig! Ja, ich auch noch mal schön. Schön hier! Oh! Schön durchgestreichelt mal. Jawoll! Oh, schön! Wunderschön! Oh Gott! Alter, das war das Kunstwerk einfach! Alter, das Bein! Oh Gott! Oh Gott! Und wie die auch noch die Augen nehmen, so weil die immer blockiert sind! Boah Tobi! Ah! Du kannst es schaffen Tobi, wenn du nur an deine Träume glaubst, Tobi! Oh Tobi! Lebe deinen Traum, Alter. Nein! Oh, nein! Nein, Tobi! Warte, warte, ganz zufrieden, ganz zufrieden. 22 Sekunden hast du noch, Tobi. Alles in allem sehen wir alle aus wie Bonbons. Bonbon aus Wurst. Sie will das Bonbon aus Wurst. 13 Sekunden noch, oh Gott. Ja, ja, alles in Ordnung. Tobi, du kannst es schaffen! Ja! Für die Ziege! Wer war der Blaue? Da bist du. Du bist der Klo. Du bist Genie, Mann. Boah, nice, Tobi, schön. Boah, Alter, der Bein. Boah, das wird immer schwieriger, ey, krass. Wir müssen unseren Rekorder natürlich immer übertreffen, ne? Also ich mein, das wird beim nächsten Mal vielleicht nicht ganz so schwer, weil es diesmal unsere allererste Runde ist. Wie hoch wüssten wir denn? 40 Füße-Feed müssen wir glauben, oder? Keine Ahnung. Du kannst nicht aus dem Make-Up-Dose. Nee, 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 wir müssen einfach so hoch wie möglich. Hui. Oh. Oh, 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 oh. Wahnsinn. Was für ein Athlet einfach, was für ein Athlet. Anonymous. Oh! Oh, 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 oh. Ich glaub keine Gesichtsausdrücke warum. Ich glaub Curry hat sie einen Team erstellt, ne? Ah, okay. Oh nein, die Reserve läuft, die Reserve läuft, oh nein! Fuck! Oh, los! Fast den Tobi. Der Tobi ist wieder eingeölt, deswegen kann man ihn nicht greifen. Huh! Oh, 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 Karri! Oh, 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 oh! Alter, wie hoch das ist. Voll die Elf einfach. Currys, äh, Currys Charakter sieht aus wie, wie so'n Walkboy. Ja, stimmt, stimmt. So, Cory Löhlein. Auf der 14 heute. Okay. Komm, Champagne, du kannst es packen. Oh nein, warte. Oh nein, oh Gott, oh, 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 oh. Ja, da unten ist irgendwie so der Anfangsklumpen, ne? Wo keiner noch irgendwie so richtig wusste und dann geht's ab, ey. Pff, so? Die Gesichtsausdrücke sind ein Traum. Na, komm. Ich hab grad gar nicht aufs Gesicht geguckt. Na los, na los. Ja, nice, 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 nice. Klo-Stein-Power. Oh, super, das machst du echt gut. Ja, jawohl, 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 jawohl. Geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird immer schwieriger, die Verantwortung dafür zu übernehmen, ne? Ja. So, ich hab... Von Runde zu Runde hab ich mehr Angst zu versagen. Ja. Man muss ja immer höher, Alter. Ne, ich frag mich halt, wie die krassesten Sachen jetzt schon aussehen, von dem wir jetzt gespielt haben. Das muss... Wir müssten so krass am Anfang sein, Karl. Oh, seit Abend. Ja, komm, ich schaff das. Wir bauen dann als nächstes Skulpturen nach. Ja, genau. Oder Yoga-Stellungen. Ja. Boah, Alter, schöner Griff, schöner Griff. Oh, ja, schön. Die menschliche Fahne. Wow. Boah, Alter. Geil. Geil. Die menschliche Fahne, Alter. Ach, wir kriegen, wenn jemand Zeit übrig hat, gibt's die Reserve wieder drauf. Ach so. Boah, Tomi. Alter, wow, Tomi. Ich muss, ich muss mich beeilen. Ja. Voran, Tomi. Kletter an die Spitze. Es liegt da draußen. Berühre deine Spitze. Boah, Tomi, Alter. Was ein Athlet. Boah, voll. Oh, mein Gesicht. Du musst das nicht in sich berühren. Oh, oh. Alter, Toi. Oh, Tobi. Ja, bitte. Bitte. Alter, Alter. Oh, ist das schön. Oh, bist du da schön. Wo war es denn? Oh, ist das schön. Oh ja! Oh, diese heldenhafte Musik dazu einfach. Oh, jawoll! Komm mal hingreifen da, Alter! Pack mal Zuckerli! Alter! Oh, ist das schlimm! Jetzt, jetzt kommt Curry, Achtung! Huch! Hä? Alter, was? Curry, was? Was? Alter Curry, was? Er will es einfach! Er will es einfach! Oh, das war knapp, das war genau bei 0 Sekunden! Und die Reserve ist auf 0 Sekunden, glaube ich, ne? Ne, bei mir steht 35. Das ist jetzt aber Pans Reserve. Ich glaube bei dir sitzt 0. Ach so, okay. Glaube ich. Ach okay, ja gut, das war das Spiel auch noch nicht. Hallo? Ja. Oh nein! Äh, hängst du in der Ziege fest, oder was? Ja, ich glaub schon. Pan, warum ist deine Hand braun? Boah! Boah! Das ist nicht meine Hand! Was? Hallo? Warte! Es geht immer höher, 13 Sekunden noch! Ja! Ja, da kriegen wir eben. Oh mein Gott! Huh! Die Zunge! Hey! 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 Ähm, ja, ja, warum nicht? Das ist Selbstbefriedigung, das gilt nicht! Alter, der Sexklumpen da oben! Nice! Oh, ja schön! Boah, schön! Alter, wow! Was für ein Tanz da oben, ey! Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Äh? Hä? Alter, diese Rückenmuskeln, Mann, das ist übertrieben! Ja Gott, ich hab ein bisschen trainiert! Also... Leute kennen mich aber auch so! Gretschki Winski heißt der, ey! Warst du wieder bei deinem Kumpel, äh, Steroido, oder was? Nein, nein, nein! Boah, Alter! Oh! Ich weiß gar nicht mehr, wie weit man da noch... Der ist so hoch jetzt, ey! Nein, ich krieg den Arm noch nicht raus! Jetzt aber! Oh! Also du bist gerade noch am höchsten Paar mit 42 Fuß! Ja, ja, ich sag nur, ich dachte grad schon, ich wär auf der Hälfte schon oben, aber das wär... Och! Das oben, ja, das ist oben! Oh! 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 Du hat drei Punkte! Alter! Was zum Teufel, Mann! Boah, Tobi fliegt wieder, Alter! Hey, wie machst du das? Wie machst du das, Mann? Der Tobi war am Pro! Künstler! Wubbel, wubbel! Wubbel, wubbel! Alter Tobi! Er ist auch voll der Kinkum, wie er hier hochkommt! Alter Tobi! Alter Tobi! Boah, E-Sport, Tobi! Alter Tobi! Alter! Boah, E-Sport, Tobi! Boah, E-Sport, Tobi! Alter Tobi! Oh! Oh, schön! Was ist da oben los, Alter! Das ist so dumm! Es wird immer schöner! Ja! Ah, der Curry hat's probiert, ich hab's genau gesehen! Ja, ich wollte auch fliegen, aber es ging eben nicht. Oh Gott. Guck, so als würde ihm was echt wehtun, was du da gerade... Ja, das ist auch anstrengend, man. Höh! Au! Ah, meine Stirn! Nein! Klatsch! Oh, deine Reserve, deine Reserve! Ja, 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 go, go, go! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, Alter, 0,5, Alter, 0,14! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, ich glaube, den nächsten schaffe ich nicht mehr. Hä, ich hab da eben ein komisches Geschenk. A new trail. Ich glaube, den nächsten schaffe ich nicht mehr. Doch, da müssen wir nur alle ruhig sein. Oh, was ist denn die Schaffe wieder los? Konzentration, oh nein, die Pan hängt am ersten Arm fest. Nein! Das ist der Arm von mir. Da hängt, oh, da hängt der, das Glied hängt gerade an Königs Hand. Oh Gott! Huh! Ich krieg, oh nein, was ist denn los? Ganz ruhig, ganz ruhig, konzentrieren, konzentrieren, nein, 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 konzentrieren. Da ist die schon beim... Jawoll! ...Orgienklumpen. Jawoll! Alter! Oh, so hoch, was? Alter, Alter! Wow! Aber die beiden hier sind schon eingewinkelt, so. Aber zumindest... Perfekt. Ah, ich hab's auch versucht, das geht nicht. Wow, ey. Ist doch ein bisschen zeitverzögert bei uns immer, ne? Ja, ja, das ist ein bisschen zeitverzögert. Oh, Alter! Oh, schön, schön! Jetzt geht's los! Zack, jetzt! Nein, 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 nein! Heute... Manchmal... Wie man sich ja manchmal in Gliedmaßen verheddert. Mehr Glied als Maßen? Ja, das kennt man, ne? Ja, ja, auch von zu Hause halt, ne? Wenn wir wieder Saunatreff haben. Alter, zehn Sekunden hast du noch übrig. Du hast doch immer Reservezeit gebraucht, Mann! Oh, 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 oh! Alter! Oh, 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 oh! So! Ja! Zusammen mit Zucken! Es fliegt ja wieder. Warum wartest du, Tobi? Ah, ne. Leider nicht. Hey, wie machst du das denn? Ja, Fabi, ich hoffe, der das macht, ey! Boah, Alter! Du fliegst immer so weg, Alter! Ihhh! Direkt in die Kippe genascht! Oh, oh, oh! Ah, Tobi hat auch noch genügend Reservezeit. Boah! Alter! Wenn er sich hoch arbeitet, wie ein Tier einfach! Wie der Schlange, Alter! All die Jahre Lace-Chips und Tuck-Kekse haben sie bezahlt gemacht! Ja! Mann, Mann! Ah! Oh! Tobi, nein! An irgendjemandem häng ich? Oh! Oh! Alles gut, alles gut! Oh! 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 Du fass dich selbst an! Komm, Tobi, fass dich selbst an! Oh! Jawoll! Oh! 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 Ja! Der König! Ja! Alter! Oh, ne, ich will nicht, eh! Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott! Aber jetzt wird echt schwer, also einer wird's dann gleich sein! Am Anfang war es noch Spaß! Doch jetzt! Guck mal, ich komm ja nicht mal... Hä, Curry, was ist los? Entschuldigung, 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 okay, jetzt Konzentration, Konzentration... Die Musik dabei, Alter! Ja! Das vereinzelte Klatschen... Ah... Warte, 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 warte! Nein! 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 Curry ist raus. Krass. Oh, Mann! Die geht weiter! Nein! Ich hatte gehofft, es wäre vorbei. Ich bin runtergefallen! Ich bin runtergefallen... Nein. Hä? Hä? Oh, Curry. Nein. Nein. Curry, nein. In unseren Herzen... In unseren Herzen wirst du ewig weiterleben. Ich weiß, ich weiß. Ach stimmt, das geht ja auch. Hi. Komm Pan, du schaffst es. Oh, alter. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, oh. Oh, 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 oh. Jawohl. Okay. Wooh! Einfach sexy, Mann. Oh, oh, oh. Oh, das ist schwierig. Ich mach Breakdance, lass dich nicht stören. Achso, ne, ne, alles gut. Oh, was für eine Schraube. Immer das Bein hier. Die Musik ist so traurig. Du kommst an den Zehen mal festgehalten. Oh, oh, oh. Nein, 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 alles. Oh, oh. Er hat noch komplett Reservezeit, also alles gut. Alter. Oh, ist aber echt schwer geworden jetzt. Es ist echt schwer geworden. Alter, krass, Mann. Und das ist immer noch unsere erste Runde. Der Tobi wieder. Alter, wieder Tobi dahin fliegt. Das ist unfassbar, ne. Nein. No. Alter. Freddy, hör mal, komm. Hä? Hi. Boah, alter Tobi, ey, du bist Wahnsinn. Ja, das ist schon wieder sein Spiel. Das ist ein Tier, ey. Das ist ein Tier. Ich würd mir Gedanken darum machen. Ich würd das mal zu Hause, real. Alter. Alter. Aua, Tobi. Warte mal, warte mal. Du krieg bestimmt irgendwann den Rekord hin. Ja, nice. Okay, fahren. Jetzt kommt's. Ich will auch. Hey, Tobi, hast du gesehen? Boah, alter. Oh, nice. Geil, geil. Geil. Nice. Uh. Es hat kurz gekitzelt, aber ging. War dann doch schön. Ah. Oh nein, nein, nein. Hä? Was? Nein, warum? Was? Nein, nein, nein. Schnell, schnell hoch. Mein Erfolg glücklich da unten. Endlich Frieden. Xavier, alter. Franzone, ey. Xavier Franzone. Oh, alter. Oh nein, 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 nein. Oh Mann, oh Mann, oh Scheiße. Aber er hängt trotzdem da. Oh, Klutsch ist immer der Klutsch, der Klutsch mit dir selber. Püppelfechten. Jetzt wird's spannend, ey. Und hier sehen wir den Aufstieg der braunen Frikandel. Ich seh schon die Kommentare, wir haben es das allererste Mal gespielt und unser Leben überhaupt... Ich hab tausend Meter geschafft. Alleine mit einer Figur. Ich hab meine Hose lang gezogen. Boah, Alter. Ein Adonis, ein Adonis. Alter, man ist aber auch ein bisschen unter Druck jetzt. Jetzt seid nur ihr beide noch, ne? Oh Gott. Tobi, ich wünsch dir alles Glück der Welt. Das sieht immer aus wie so ein fliegender Madball. Wie heißt der noch einmal von Dragonball, der Rosane? Ich hab mich vergessen. Nein, nein, nein! Alter, Tobi! Tobi! An deinem eigenen Arsch! Tobi! Was? Was? Tobi, komm! Sag ruhig. Deswegen muss ich uns da hin. So schlimm ist es gar nicht unten. Alle mit Fieber. Die Crowd ist außer sich. Halt dich doch fest! Tobi! Tobi! Häng dich an mich dran, komm! Häng dich an mich dran, Tobi! Häng dich an mich dran, Tobi! Nein, Tobi nicht aufgeben! Ne, ne, das schaff ich nicht mehr. Tobi, komm, wir machen eine Eigenstatue. Das ist die falsche Richtung, Tobi! Ich komme! Tobi! 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 Ja, Tobi! What? Ih, du riechst mal an den Achseln, Alter! Oh! Oh! Alter, der Turm, Mann! Wie sexy! Alter! Oben vor die Eskalation, dann, dann Bäm! Ich will nochmal! Ich will auch nochmal, aber ich glaube, dann brauchen wir eine neue Folge. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine. Auf jeden Fall, ey! Megageil! Vollgeil! Alter Schwede! Geil! Herzlichen Glückwunsch, lieber Erik, dass du so gut so stapeln kannst. Vielen Dank, vielen Dank! Ich bin ein Hochstapler von Natur aus, deswegen ging das ganz gut. Muss los, ciao! Ich glaube, nächstes Match machen wir mal, äh, Low Gravity und 40 Sekunden wieder. Low Gravity, Alter! Ist das nicht schlimmer, wenn man fällt? Dauert das ja nicht länger? Ja, stimmt. Wir gucken einfach mal. Oder wir machen Spirale. Wir haben neue Sachen mit unserer Car Carify geschaltet. Oh, war cool! Geil! Tschüss! Wenn es euch gefallen hat, schreibt's... Ja, nein, schreibt's bei Karin. In den Kommentaren. Ne, ne, ich wollte nur sagen, falls es euch gefällt, man braucht immer so ein bisschen Input, ob den Leuten das gefällt oder nicht. Ja, klar. Ich fand's total geil. Ich würd gern noch eine Folge aufnehmen. Ich auch, machen wir jetzt. Voll geil. Okay. Tschüss! Tschüss! Geil! Geil! Untertitelung. BR 2018